herz willkommen zu einer neuen folge ja ist schon eine weile her seitdem allgemeine folge kommen aber jetzt in der letzte zeit wenig zeit zwar immer unterwegs und ja jetzt ist endlich mal wieder zeit da und da dachte ich mir müssen mal wieder was auf ja in der letzten folge sind wir hier stehen geblieben hier ist jetzt ein brett davor mit einer kleinen lücke und wir warten jetzt einfach mal bis time kommen der davon schon fährt und gucken dann mal ob unser brief dann schon angekommen ist beziehungsweise unsere bestellung dann wollte ich die heuballen wenn wir gleich mal hier sind machen guten tag er grüßt nicht der letzten aufnahme hat er gegrüßt er gut ist so sauer ich glaube er ist sauer aber er guckt mich die ganze zeit an dass wenn ich davor stehe ja ich habe es geschafft bin hier drin das ist ein telefon jetzt aber du hast noch nicht offen kannst du mich später wieder raus lassen was nicht mehr offen ich sollte vielleicht mal was trinken sollte vielleicht mal was trinken wenn ich wüsste wo meine sachen aus dem rucksack sind aber ich glaube und speichern gehen die immer wieder ja hier ist es doch und dann jetzt habe ich gespeichert nein ich habe gespeichert ich idiot ja so wir sind wieder da wir trinken nicht bei der toilette habe mir jetzt festgestellt ich meine abgesehen davon dass man überhaupt gar kein bier trinken sollte obwohl man es zu festigkeiten ruhig mal machen man sollte auch nicht seinen eigenen urin trinken aber das ist ein spiel eine simulation und hier darf man das deswegen machen wir das jetzt einfach ach genau ich habe die grab anything mod für die holbein weil die kriegt man ehrlich gesagt nicht wirklich anders drauf deswegen muss ich das jetzt immerhin sind jetzt drei sturm vergangen und der laden hat endlich offen warum hast du immer noch nicht mein brief ja wir zahlen das mal eben aber du könntest ja trotzdem schon mal mein brief gucken wir später noch mal ein und man jetzt erstmal mit dem dinges zum heuballen so der anhänger den sollten wir vielleicht mal mitnehmen dieses moped was da dann nicht in meine rosentasche so das war so so ansonsten bleibt das einfach hier würde ich sagen heißt wir nicht irgendwie mal sterben aus irgendwelchen gründen können wir hier hinfahren nein 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 nicht ohne mich fahren jetzt aber machen wir das schönes radio an dass dieses neu habe ich nie gehört ich hoffe es ist nicht copywritet also es ist copywritet aber ihr wisst schon so da wollen wir mal gucken wo der typ ist dann läuft schon wieder irgendein mpc rum obwohl er da glaube ich schon das ding ist ja hier wohnt glaube ich sogar time laden ist einfach mal herr und so und jetzt sehen wir die finnische super kraft legen das einfach so drauf ob das jetzt ist natürlich die andere frage aber um ehrlich zu sein ist das so viel besser ich weiß gar nicht wie verholbern müssen wir mitnehmen lustig haben wir ja schon fertig oder trüben sind keine diese finnische super kraft schon schön so habe irgendwie dieses leise gefühlt ist das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht also das empfehle ich euch wenn ihr irgendwelche aktion macht nehmt nicht die super kraft aktiviert das geht nicht gut aus ich kann euch die mod ja mal als download link video beschreibung ich kann auch mal wenn ihr wollt ein tutorial dazu machen wie man diese dinge runterlädt diese mods ist eigentlich im prinzipie gar nicht so schwer warte mal 1 2 3 also ich will nichts sagen aber es fehlen ein paar das hinten ist noch ein also ich habe das gefühl das ist 2 also wir haben jetzt 1 2 3 4 7 also das ist 2 6 das ist 3 3 5 6 7 gebraucht noch 1 und 4 ist die frage wo sind sie hin ok ich würde sagen wir beladen erstmal die und dann schauen wir da erstmal weg vielleicht gibt es ja schon mal ein bisschen was also okay das ist jetzt natürlich schlecht jetzt würde ich natürlich gerne wissen wo die anderen sind ja mal fragen ja mal fragen ja mal fragen wir zu sagen also wir sollen ja einfach bis dahin stehen was ist das für eine das ist heuerweilen 8 das heißt uns fehlen ein paar das ist jetzt alles bewahrten hat sogar okay greift nur die die heuerweilen wirklich mit in dieser mod nichts anderes weil ja sonst packt das ganz herum dann kann es auch mal passieren dass deswegen ist die letzte aufnahme so gefällt das einfach der ganze anhänger verschwindet das würde ich natürlich gerne mal wissen wo die anderen sind mal gucken vielleicht sagt er jetzt schon was nicht dass der job jetzt nicht ausgeführt werden kann jetzt habe ich gesagt mehr zu sagen ja ich habe es ja verstanden heißt wir müssen jetzt brauchen wie die anderen finden hat er hier irgendwo eine toilette wo ich speichern kann weil dann würde ich ja ja ich habe sie dann würde ich mal irgendwo hinfliegen wo er hat ja bitten der hat hier wieder keine toilette dann werde ich mal zum timer zurückfahren und dann sehen wir uns gleich tatsächlich tatsächlich sind sie einfach nur die ganzen map verstreut also ich habe gerade geguckt ja ich mache einfach einen cut wenn ich sie alle zusammen habe und das letzte endlich geschafft alter es gibt so viel davon oh endlich das alles sind die ganzen heuerweilen oh oh jung so wo ist denn jetzt der gut da ist er doch jetzt will ich aber hier gut kohle haben ey das war ja ein aufwand hin und her und hin vor allem auf der ganzen karte der muss doch alles lang gehören du meine 3500 das mache ich nicht nochmal ja danke und tschüss keiner also dann ist kein wunder warum der hilfe haben will weil er das selbst nicht hinkriegt weil er das einfach auf der ganzen karte ist so gucken ob denn die post da war und wer hat es gedacht nö sorry muss er das noch bezahlen oh man also das mache ich echt nie wieder mehr tut mir einen gefallen macht feuer holz oder keine ahnung aber macht diesen job nicht das ist wirklich also das lohnt sich auch überhaupt nicht aber ich mache einen cut ich wenn die post nicht da war und ja bin wieder da nach dem kleinen cut die post ist da 1.205 euro ja es hat eigentlich schon noch eine weile gedauert ja wollen wir das mal zahlen machst du rallye ich war es ich war damals ja also anscheinend ist da ist ja auch schon amis auto k dort sind jetzt unsere felgen drin und damit fahrt wir fahren jetzt nach zu 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 komm sag schon zu reparatur meister zu durch zu zu und zu 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 allen ich hab keinen bock nach so was ist hier so wir sollten vielleicht auf den kasten holen ich hab durst dürfen bloß nicht angehalten werden sonst kann das schlecht für uns aussehen egal ich hoffe wir haben auch alles und wir machen uns auf die reise zu dem reparatur menschen das heißt es wieder autobahn fahrt ich glaube wir haben ihn gesehen wo wir von der richtung ich werde wieder ein kaputt machen oder musik und vorspuren und so sehen wir uns gleich das ist das ist das ist Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018